Yo Peace! Willkommen zurück zu einem neuen Video Shisha Freunde Aber diesmal geht es um kein Shisha Video Sondern ich habe ein Paket gekauft Und dieses Video handelt um Wie kauft man eine CD? Geht dein Echo Fresh Bruder Ich grüß dich Ich habe hier dein Album Ich habe es mir bestellt Endlich ist es angekommen Ich habe es vorbestellt Zwei Wochen vorher bei Amazon.de Und es kostet 29,99€ Act of the Rules Limited Box Plus Trikot und Autogrammkarte Also das und der Doppel CD heißt das Album Das ist sozusagen die King Edition Es gibt auch viele verschiedene Varianten Kannst du auch einfach im Laden kaufen Ist auch die Doppel CD drin mit um die 37 Tracks Richtig geil Auf jeden ist ein Bonus Track noch mit bei Und ja wie man kauft mal eine CD Man geht auf Amazon.de Gebt Echo Fresh King Edition ein Oder Act of the Rules King Edition Und dann kommt auch direkt das Album Und ja dann geht man halt einfach in den Einkaufswagen Bestellt sich das da Oder es gibt viele Seiten bei iTunes Kann man sich das glaube ich auch holen In jedem Laden sagt Toma Media macht egal Geht dahin gekauft euch dieses Album Leute Weil ich habe es noch nicht ausgepackt Ich packe es jetzt mit euch zusammen aus Ich bin eigentlich so gespannt drauf Und ja wie soll ich sagen Das ist die King in der Stoff Ich habe mir sofort die King in der Stoff gestellt Wir sind Dream Alter Wir sind German Dream Aber wir müssen supporten Wir müssen ihm einfach Props geben Er macht so viel Aufwand für uns nur Leute Oh krass Und dann muss man einfach Müssen man sich das Album einfach kaufen Hier die ganzen Zettel so Da so sieht es schon mal aus Oh das T-Shirt geil Das Trikot So sieht das schon mal so aus Und hier da Doppel CD Oh man Eko du bist der Beste Ich schwörs dir Eko war nie weg eigentlich Ich weiß gar nicht was manche haben Alter Er ist der Beste So So viele Alben Ich meine das Alben von ihm Boah Das sieht so fett aus ne Hier Act to the Roots Das Album Doppel CD Richtig geil Also Das Cover soll so bedeuten Das ist seine Seine Anfangszeit So wie er früher drauf war So weißt du wie er als Jugendlicher war Wie wir jetzt so Sieben auch hinten zum Beispiel so Tupac Poster Ist auch Tupac oder Ja ich glaube Tupac ist da hinten Dann Eck halt selber so mit Cap hier und so Starter von früher Richtig Oldschool Die Marke ist richtig geil Er trägt die jetzt auch oft Boah sieht richtig fett aus Machen wir die mal auf Ohohoh mit der Autogrammkarte Ich schwöse das ist echt Das ist richtig original Das ist kein Beschiss Das ist ehrlich insigniert von ihm Oh Scheiße Uuuuuhh Leute Fette Sache man Richtig fett sieht das aus Das kommt bei mir in so einen kleinen Rahmen Auf jeden Fall Und so sieht die erste CD aus Richtig schön Weiß gar nicht Ich will keinen Scheiß machen Wie macht man das zweite auf Ah Achso Einfach so Da die zweite CD Richtig geil mit Spray Das Design ist unnormal geil Also ich hab noch nie ein schöneres Cover gesehen Ohne Witz CD Cover sonst was Richtig schön gemacht Richtig gut Echo Alter Ich will mir das gleich erstmal stundenlang reinziehen Ich hab so lange drauf gewartet Ey einfach richtig geil 17 Tracks plus bonus 18 Track auf einer CD Hier 17 Tracks plus bonus 18 Also 2 x 18 Tracks Leute 36 Lieder ne 36 sind das oder? Ja 36 sind das Richtig geil Da steht hier so Act to the Roots Echo Fresh German Dream Wer ein echter Echo Fan ist Da kauft sich dieses Album Es kostet nicht viel man Man muss ihn einfach Wie so ein Downloader Der Downloader ist Scheiße man Der muss doch weiter für uns Lieder machen Wenn er weiter für uns Lieder machen muss Also Er soll dann Müsst doch seine Alben kaufen Damit er auch Money bekommt Alter Oh da ist das Trikot Scheiße Ich wusste einfach an Dass das Video bestimmt nicht passt Oder ein bisschen zu groß sein wird Aber irgendwie Ey von der Link Das geht eigentlich Jooooo Fresh Digga 83 Fresh Echo Fresh man Leute Ey das ist richtig gut Richtig guter Schub Warte ich zieh mich Ich zieh das sofort an Alter Ich schätze Echo Fresh Echo Fresh Echo Fresh Ex Beste Junge denn es muss sein Sein Album muss sein Ja man Ich hab jetzt keine Chance Aber War Alter Junge denn es muss sein Echo Fresh Geht doch Chef Junge denn es muss sein Ja man So kauft man einfach eine CD Man geht in den Laden Man bestellt sich online Ein paar iTunes runterladen Aber man bezahlt da halt Dann kriegt man so fette Shares bei Amazon Bei Amazon Ich weiß ich würde das heute tragen Jetzt mal schön Vielleicht gehe ich auch heute in eine Shisha Bar Dann werde ich erstmal Ein bisschen sagen Ein bisschen Echo machen sollen Eckes King Ey Schiss Ich Boah Schon wenn ich die Lieder lese Ich freu mich schon so krass drauf Egal das war's auch so von mir Vielleicht mach ich noch irgendwas extra dazu Mal schauen Aber so war's das jetzt mal vom Video Ich hoffe es hat euch gefallen Leute Kauft euch das Album Es ist einfach richtig geil Hä Ich kann ja Ich bin jetzt schon Ha Ich bin weg man Ich bin weg Eck ist weg Ok haut rein Leute wir sehen uns Peace